...hatten wir seine rechte Hand. Der Doktor war der Schlüssel. So, fangen wir nochmal von vorn an. Diese Leute, wer sind sie? Also das denken Sie von mir, ja? Ich bin eine Ratte. Für dich! Ich denke, sie sind, was immer ich ihnen sage. Ilona war einmalig. Ex-Speznas, jetzt im Dienst für Atlas. Mal beste Freundin, mal schlimmster Albtraum. Sie war undurchschaubar. Wir haben die Namen. Jetzt sagen Sie mir nur, wann und wo das Meeting ist. Bringen Sie mich um. Ich bin Ethode. Wenn sie dich erst am Wickel hatte... Bitte, Pierre. Helfen Sie mir. ...helfen wir einander. ...hattest du verloren. Das ist nur eine einzige Quelle. Können wir das überprüfen? Die Infos stimmen. Hades trifft seine Geldgeber in 24 Stunden auf Santorin. Mr. Haynes, die Protokolle für einen Angriff erfordern. Dieser Mann ist verantwortlich für 50.000 Tote, General. Wir greifen an. Eine Operation in fremdem Hoheitsgebiet wäre ein Akt des Krieges, wenn der Kongress nicht zustimmt. Atlas ist ein international anerkanntes Privatunternehmen. Wir brauchen keinen Kongress. Gentlemen, sind wir einsatzbereit? Wir sind startklar, Sir. Auf Ihr Zeichen. Ich will Ihr Team in sechs Stunden vor Ort sehen. Auf wessen Befehl? Auf meinen Befehl! Auf wessen Befehl! Auf wessen Befehl! Die Verbindung ist gut. Suchen wir die Zielperson. Signale scannen. Du musst für den Scan ranzoomen. KVA-Signal suchen. So kommen wir dann in den Unterschlupf. Hier ist er nicht. Umschalten auf andere Kamera. Versuch's bei dem. Nichts KVA. Nichts KVA. Das ist unser Weg hinein. Bravo unterwegs. Team, ich muss euch wohl nicht daran erinnern, wie wichtig diese Mission ist. ADES ist verantwortlich für die nuklearen Angriffe vor vier Jahren. Wenn wir ihn erwischen, fällt die gesamte KVA in sich zusammen. Wir dürfen keine Fehler machen. Bringt das zu Ende. Unauffällig verfolgen und dann ausschalten. Ich räum hinten auf. Versaut es bloß nicht, Ladies. Das ist Privateigentum. Sie müssen gehen. Ich wollte zum Markt. Hab mich wohl verlaufen. Hier sind... Was zum... Gut gemacht. Waffen bereit. Bravo hat die Schlüsselkarte. Alpha, aufgepasst. Bravo ist auf Position. Roger. Moment. Die Scharfschützen sind in Position und werden sich jede Viertelstunde melden. In dieser Gasse gibt es einen... Patrouille, nimm ihn. Jemand muss nun von der Ecke aus bewachen. Zwei im nächsten Raum. Den Randbereich decken Patrouillen auf jeder Ebene. Oben. Der gehört... Alle Stationen werden rechtzeitig gesichert sein. Warte, bis Sie fertig sind. Niemand wird das Treffen stören. Das will ich hoffen. Sonst kriegen Sie es mit mir zu tun. Verstanden. Hades Ende. Prophet, Unterschlupf gesichert. Nehmen das Tagungszentrum ins Visier. Verstanden, Bravo. Alpha, Phase zwei kann beginnen. Verstanden. Alpha lädt den Frog. Mitchell, in den Exo-Anzug. Ich setze die Wasp zusammen. Umziehen. Prophet, Wasp ist startklar. Alpha, Alpha, bereit. Verstanden. Bereit machen für Wasp. Nimm die Drohne, Mitchell. Ich belausche Hades Treffen. Wasp in der Luft. 200 Meter bis zum Ziel. Konferenzraum ranzoomen. Da ist Hades. Schade, dass wir ihn nicht gleich umnieten können. Warte, Ilona. Wie ist die Infos geschaffen? Alphas Truck nähert sich dem Tor. Alpha, warte da. Die Wasp gibt den Startschuss. Lass die Wachen rankommen und dann erledige sie. Hey, du. Du kannst hier nicht parken. Mach schnell. Es ist nicht die 40. Wir haben deine Lieferung. Diese Straße ist gesperrt. Sie like. Aber wir haben eine Lieferung. An alle Stationen. Wir sind aufgeflogen. Abbrechen. 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 Alphas Truck nähert sich dem Tor. Alpha, warte da. Die Wasp gibt den Startschuss. Lass die Wachen rankommen und dann erledige sie. Hey, du. Du kannst hier nicht parken. Mach schnell. Es ist nicht die 14. Wir haben deine Lieferung. Diese Straße ist gesperrt. Sie like. Aber wir haben eine Lieferung. Ist mir egal. Schade. Es war sowieso ein langweiliges Gespräch. Alpha ist startklar. Dimitri, ist das Fahrzeug weg? Alpha, rein da. Aufgesichert. Alpha, warte. Da ist einer an dir dran. Ab ihn. Nein. Ja, Sir. Scheiße. Gideon hat Probleme. Danke für die Hilfe. Gesichert. Alpha, weiter jetzt. Mitchell, zwei ausschalten. Alpha, runde auf. Pool gesichert. Alpha unterwegs. Alpha in Position. Platziere Stummladung. Verstanden, Alpha. Mitchell, du musst die Glasfront des Atriums abdecken. Stummladung bereit. Die Ladung reicht nicht weit. Es muss schnell gehen. Schade. Du hast es zufrieden. Du hast nicht viel Zeit gelassen. Das muss schneller gehen. Atrium gesichert. An alle Stationen. Achtung! Hades scheint mit dem Treffen zu beginnen. Roger, Prophet. Hau rein, Alpha. Es darf auf keinen Fall schief gehen. Verstanden. Die Tür muss frei sein, damit Alpha rein kann. Lös einen Fahrzeugalarm aus. Mitchell, einen Fahrzeugalarm. Schley bikin concurse. Allesiusz. Schleif auf einen finesteren R наход.